Hallo und einen wunderschönen Montagmorgen, den 11.11.2024. So, da wollen wir gleich mal auch wieder mit dem Wetter anfangen. Das Wetter heute Morgen, wie ihr seht, haben wir also Temperaturen von minus 1 Grad bis 3 Grad oder sogar auch 4 Grad plus. Die 4 Grad plus, die haben wir hier unten und zwar in Natskanisha, die minus 1 Grad, das alles haben wir an nordöstlich von Ungarn. Das werden also heute Vormittag die Temperaturen sein, dann heute tagsüber werden die Temperaturen, ihr seht es ja hier, zwischen 8 Grad liegen als Höchsttemperaturen. Dann westlich wird es etwas kälter, aber es ist noch nicht mehr ganz so warm, also 4 bis 3 Grad ringsherum um den Balaton. Dann das Wetter für den Nachmittag, da wird es also dann auch schon wieder kühler, wie ihr seht. Und dann haben wir ja die, geht es schon wieder bis an die Frostgrenze runter mit den 0 Grad, wir haben nur noch 2 Grad hier im Westen. Sogar hier im Norden schon geht es sogar am Nachmittag runter bis minus 5 Grad. Tja, und dasselbe spielt sich dann halt auch in der Nacht wieder dann, von Montag auf Dienstag. Ihr seht, wir haben sehr viel um die 0 Grad rum, minus 2 und halt hier oben wieder, in diesen beiden Orten haben wir minus 5 Grad. Das scheint so immer der kälteste Punkt zu sein hier in Ungarn. Als nächstes geht es dann weiter mit den, sogenannten, mit den Benzinpreisen, wie sie im Moment sind. Und zwar seht ihr hier, hier oben seht ihr, also das ist jetzt vom 11.11. bis 7.11. Und zwar wird da das Benzin bei 602 Forent liegen, Diesel wird bei 616 Forent liegen. Die Spalte hier ist das vom Vormonat. Da sieht man also, dass das Benzin 602 Forent jetzt, 602 Forent geblieben ist. Nur halt stark geändert, hat sich das halt beim Diesel. Jetzt haben wir ja 616 Forent und vorher waren es 607 Forent. Tja, und weiter geht es natürlich dann auch wieder mit dem Wechselkurs heute. Damit ihr seht, das ist also aktuell jetzt, heute Morgen um 7.02 Uhr, wo ich das hier aufgezeichnet habe. Liegt der Kurs bei 407,484 Forent für einen Euro. Ihr seht diese Schwankung hier, also erscheint im Moment in dem Bereich hier oben, jetzt so um die 407 Forent sich erstmal so ein bisschen einzupegeln. Plus, minus, ein paar Forent immer, aber es wird, es scheint so erstmal zu bleiben. Und als nächstes dann schauen wir uns das auch nochmal an, wie das dann bei der OTP aussieht, was ihr da für euer Geld bekommt. So, und ihr seht also, Bargeld wird gewechselt mit 396 Forent für einen Euro. Wenn ihr aber bei der OTP eine Rechnung mit Forent bezahlt, wird der Kurs schon wieder anders berechnet. Und zwar gibt es da, wie ihr seht dann, 402 Forent werden dann verrechnet für einen Euro, wenn ihr Rechnungen in Euro damit bezahlen wollt von eurem Forent-Konto. So, das waren jetzt die ganzen Daten, live von den Webseiten, wo ich meine Informationen herkriege. Wenn es noch ein bisschen holprig war, entschuldigt das bitte. Ich werde das natürlich noch versuchen, noch besser hinzukriegen. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist der Inhalt der Angaben, dass das von offiziellen Seiten ist. Gefällt euch das, so wie ich das mache, dann dürft ihr das gerne liken. Und ihr auch den Kanal gerne abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein neues Video verpasst. So, jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Montag. Zieht euch warm an und weiterhin ein schönes, gesundes und langes Leben in Ungarn. Ciao. Zieht euch warm an und weiterhin ein schönes, gesundes und langes Leben in Ungarn.